Schönen guten Morgen liebe Ostschweiz, schönen guten Tag liebe Europa. Mein Name ist Ottmar Hitzfeld und ich wollte noch schon sagen, für heute Abend sind wir gut vorbereitet. Wir werden das Spiel gegen Slowenien gegen den Saubrot gewinnen. Ich hoffe auf Unterstützung von euch vor dem Fernsehen, Bildschirm und auch natürlich im Stadion. So, jetzt muss ich gut trainieren gehen in Ljubljana. Ich wünsche allen einen schönen Tag und einen schönen Wochenenden. Danke, tschüss miteinander. Ja, ich wünsche den Schweizer Nazi heute Abend einen ganz guten Start gegen Slowenien und ich hoffe, sie werden gewinnen. Ja, ich kann den Match leider nicht schauen, weil Darlis, meine Frau, wird auf den Spitzex betreut heute Abend und darum habe ich endlich wieder mal ausgegangen. Also, ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende und hopp, Schweiz, ja, danke vielmals, ja. Ja, hallo zusammen, ich bin Christian Gross und ich möchte den Schweizer Nazi heute Abend auch viel Glück wünschen. Und muss ich noch sagen, also wenn die Schweizer Nazi heute Abend gewinnen würde, dann würde ich natürlich auch mit der Gigi Öhrin im Pulli hocken. Ich meine, aus dem mache ich kein grosses Ding, aber der Gigi zeige ich auch mein kleiner Ding. Also, hopp, Schweiz und schönes Wochenende, danke schön. Auf Wiedersehen.